Ja, moin moin. Ehrlich gesagt kann ich die Begriffe Lockdown, Ausgangssperre, Corona, ich kann es nicht mehr hören. Bei uns am Vereinssee werden regelmäßig Kontrollen gemacht, ob dann nach 22 Uhr noch ein Angler sitzt. Man ist nur noch genervt. Ich habe im Internet die Seite www.adventurefishing.nl gefunden und die sah eigentlich für mich soweit ganz gut aus. Verbinde ich mit einem kleinen Erholungsurlaub, habe da ein bisschen mit dem Bad gemailt und konnte mich da jetzt drei Tage kurzfristig einquartieren. Und da fahre ich jetzt hin, bin ich gerade unterwegs. Ich habe gesehen, da gibt es sehr viele Störe, sehr viele Karpfen und Ziel für mich ist eigentlich mal so ein Beluga-Stör zu fangen. Oder auch irgendeinen anderen Stör. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Ich weiß auch nicht viel vom Gewässer. 40 Hektar. Ich habe bei Google gelesen, teilweise schwer zu befischen. Jetzt habe ich mir den Luxus gegönnt und habe mir einen Anhänger geliehen. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man die ganzen Sachen um den See schleppen muss. Hier kriegt man einen kleinen Golfwagen mit dem Anhänger und kann damit jetzt bequem zum Platz fahren. Ja, das ist natürlich mega. Jetzt kann man hier schön mit dem Wagen, mit dem vollgepackten Anhänger, muss man nicht groß schleppen. Fährt man genau bis zum Platz. Ich bin jetzt gleich schon da. Muss nur noch abladen. Spare ich mir die ganze Schwitzerei, die ich sonst habe, wenn ich normalerweise alles vier, fünf Mal schleppen muss. So, hier bin ich am Angelplatz angekommen. Das ist Platz 8, den ich hier habe. Neben mir ist jetzt wohl nicht schwierig zu erraten, liegt Platz 9. Hier haben wir schön ein bisschen Kunstrasen mit dem Stromanschluss da. Ich bin immer noch fasziniert von dem Wagen, wenn man sieht, wie viele Klöcken dazugehören. Alles einmal rein und abladen. Also der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr schön. Vom Wasser her sieht man schon vorne so eine kleine eigene Kante. Ich glaube gar nicht, dass man auf Stör so weit rausangeln muss. Ist ja bekannt, dass die Störe die Kanten abangeln. Ich werde gleich die Strecke mal mit dem Futterboot abfahren und mir eine kleine Gewässerkarte machen, eine Tiefenkarte. Dann habe ich zumindest die Informationen, wo hier Kanten sind, wo die Störe eventuell langziehen können. Und als allererstes werde ich jetzt einfach zwei Routen schon mal auf Grund legen. Weil in der Stunde oder zwei Stunden, die ich jetzt alles aufbaue, kann ich vielleicht schon ein bisschen was fangen. Zelt stelle ich mal ganz schnell hin, weil so schön sieht das Wetter auch nicht aus. Stromanschluss haben wir hier. Also der erste Eindruck vom ganzen See. Schon mal sehr, sehr schön. Das ist halt sehr groß. Wie gesagt, 40 Hektar die Fische ziehen. Da muss man schon ein bisschen auch Glück haben, dass sie an dem eigenen Köder mal vorbeiziehen. Guck mal, mein Zelt. Das stand zuerst und hat schon die Plörren drin. Und ich bin jetzt kletschnass geschwitzt vom Umräumen. Einfach alles bei mir jetzt reingeschmissen. Also hier ist ein bisschen voll. Draußen ist jetzt richtig Wind. Es regnet auch richtig schön. Man hört es vielleicht. Einlauf hatte ich gerade schon. Jetzt warte ich, bis das Wetter aufhört. Dann lege ich die Routen noch mal neu. Jetzt hagelt es sogar noch richtig schön. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, aber man sieht die eigene Kante da vorne. Ja, wenn Sonne drauf wäre, wäre ein bisschen schöner. Es sind vielleicht sechs, sieben Meter. Dann wird es langsam dunkler und geht runter kontinuierlich. Ich gehe jetzt mal mit dem Deepa drüber und versuche das mal ein bisschen zu filmen. So, hier sieht man es eigentlich sehr gut. Ich habe hier einen Neustart gemacht. Das ist ungefähr 20 Meter vom Ufer. 7,50 Meter tief. Und dann kommt wirklich eine richtig schöne Kante. Ist auf 1,20 Meter. Die ersten 5, 6 Meter sind Flachwasser. 50, 60, 70 Zentimeter tief. Kann man auch super drin stehen. Das hier ist natürlich der Punkt, der Bereich, wo ich meine Köder ziemlich genau platzieren möchte. Da glaube ich, ziehen die Störe lang. Wie gesagt, in 40 Hektar, ob da jetzt wirklich einer langzieht, weiß man nicht. Aber man kann zumindest versuchen, das Beste draus zu machen. Schüttet wie aus Eimern hier, ey. Folgendes Material werde ich hier fischen. Ich habe hier zweimal die Adrenalin Cat Cat Venture. Mit der Adrenalin Cat Rolle und der Balzer Iron Line drauf. Schnüre komme ich nachher noch zu. Meine dritte Route ist die Adrenalin Cat Clonk Stick. Ich wusste letztendlich nicht, ob ich mich doch mal auf ein Boot setze oder nicht. Ob ich mir eins ausleihe. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich fische die Route jetzt auch vom Ufer. Eigentlich als Bootsroute gedacht. Aber auch vom Ufer immer noch deutlich mehr Wumms als jede Karpfenroute. Mit denen man auch Störe drillen kann. Aber die hat schon klasse, die Route. In der Rolle habe ich da eine Karpfenrolle drauf. Da ist allerdings eine 52er Schnur drauf. Die sollte eigentlich mit 20 Kilo Bremskraft auch locker ausreichen. Kommen wir zum Kleinmaterial, was ich hier fische. Hier sind natürlich Fische weit über 2 Meter drin. Von daher ist die Tragkraft auch nur so hoch wie das schwächste Glied in der Kette. Deshalb wähle ich hier bewusst schon Welsmaterial aus. Wir haben hier einmal die Adrenalin Cat Welshaken in verschiedenen Größen. Die ganz großen nehme ich für die tote Forelle auf Grund. Wir haben hier die Adrenalin Cat Wirbel mit 100 Kilo Tragkraft. Das Mono Vorfach. Ich habe zweimal die Hauptschnur. Die Balzer Iron Line in 0,60. Und einmal habe ich drauf die Doody Tight Line in 0,52. Das sollte meines Erachtens völlig ausreichen, um falls wirklich einer beißt, auch die ganz großen drillen zu können. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist natürlich der Köder. Wenn ich gezielt auf Störer oder Beluga-Störer angeln will, brauche ich natürlich auch entsprechende Köder. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, der Stör frisst alles, was der Wels auffrisst. Alles, was stinkt wie Sau. Ich habe hier einen ganzen Eimer Hollywood-Pellets gemacht. Da habe ich noch, wenn ich so eine Matjes-Packung aufmache, kippe ich immer noch das Öl da rein. Das Öl macht eine richtig schöne Duftwolke unter Wasser. Kann man auch schön beobachten, wenn man das mal austestet. Ich habe den ganz normalen Gouda. Den kann man am Haar binden. Ich habe Tauwimmer, die kann ich im toten Köderfisch noch kombinieren, dass der sich noch ein bisschen bewegt. Ich habe Räucherlachs. Da ist wohl der Klassiker schlechthin. Ich persönlich favorisiere wirklich Matjes. Bei Matjes unerlässlich ist ein bisschen Baitband. Damit kann man den richtig schön festwickeln, dass der auch beim Werfen nicht abfliegt, dass der auch die ganze Nacht über dran bleibt. Das hält wirklich bombenfest. Da kann man richtig schön festzurren, den Köder. Ich habe hier noch ein paar Tintenfischringe. Das ist abartig. Die liegen jetzt seit fünf Tagen draußen. Die müssen stinken wie Sau. Schmeiße ich auch immer noch ein paar dabei. Und ich habe mir hier noch so eine tote Brasse besorgt. Möchte ich jetzt gar nicht hier auf meine Sachen legen. Die werde ich nachher in Fischfetzen schneiden. Werde davon so 15 Zentimeter Stück verwenden und den Rest an Gedärme und Fischfetzen werde ich beifüttern. Und da denke ich, hoffentlich habe ich da ganz gute Karten. Jedenfalls ist das die Köderauswahl, wie man das kombiniert. Die Pellets kann man unheimlich gut beifüttern, auch mit dem Wurfrohr. Und ich hoffe, irgendein Stör verirrt sich da mal an die Köder. So sieht dann die ganz schlicht und einfache Matthias-Montage aus. Zwei schöne Matthias-Streifen, Wallerhaken. Sieht man hier sehr schön. Guckt da raus. Und dann zigfach mit Baitband rum. Hält bombensicher, kann die ganze Nacht liegen. Kann sogar mehrere Tage liegen. Da kann nichts passieren. Ja, was denn? Möchtest du mein Handy? Möchtest du nicht? Hier möchte ich nochmal eben festhalten, was ich alles so an Material bei habe, was auf Akku läuft. Zeltlampe, Deeper, Stirnlampe, Handy, Tablet für ein bisschen Netflix gucken. Ein Fotolicht, ein Radio. Das ist natürlich mega in der gesamten Anlage. Das, was an jedem Angelplatz Strom ist und man mal eben Steckdosen anschließen kann, hat natürlich einen Wahnsinnsvorteil, wenn man Strom im Zelt hat. Erstmal schön Rührei mit Bratkartoffeln und Speck und leckeren Kaffee zum Frühstück. Ja, mal ein kleines Update. Ich bin jetzt den dritten Tag hier, habe zwei Nächte hinter mir. Kurz nachdem ich angekommen bin, zog irgendwie ein Sturm auf und wir hatten bis jetzt 48 Stunden Dauerregen, Windstärken 6 bis 8, immer noch. Ich hätte gerne mal ein Video gemacht. Ich hatte als einzige Chance, ein bisschen mit dem Deeper die eigene Kante entlang zu gehen. Die ist auch wirklich nicht schwer zu finden. Die fängt überall in 5, 6 Meter Entfernung an. Die sieht man auch sehr schön. Davor ist schön flacher Sand, auch hervorragend, um die Fische zu landen. Aber wettermäßig habe ich echt ins Klo gegriffen. Bisher habe ich ein Stör gefangen auf meine ganz schlicht und einfache Matjes-Kombination. Einfach Matjes auf einen kleinen Welshaken aufgrund gelegt. Weder eine tote Forelle, noch Fischfetzen, noch Tauwurm hat mir bisher Glück gebracht. Aber wir haben wirklich Wetter. Ich würde gerne ein bisschen aufnehmen oder Gewässer zeigen. Ich kann mal eben kurz ein Video einschneiden, was ich meiner Frau geschickt habe vom Aufbau. Ich habe mir so viel vorgenommen. Ich habe zwei Zelte mitgenommen. Eins für ein bisschen Klamotten, um darin zu kochen. Ich habe zwei Schirme mitgenommen. Wenn ich einen Schirmspann ist, der in unter 5 Sekunden ist, der 200 Meter weiter. Das ist echt Wahnsinn. Ich bin da auch ein bisschen frustriert wegen dem Wetter. Wir haben mittlerweile Mai. Und ich habe hier die Zeltheizung laufen. Ich habe nur einen dicken Pulli, dicke Jacken an. Immerhin habe ich einen Stör gefangen. Ich schneidere nicht. Was ich im Internet gelesen habe, Google-Bewertungen, Gewässer ist sehr schwer zu befischen. Jein. Also ein Boot habe ich mir... Ein Boot ist bestimmt einfacher. Ein Boot habe ich mir nicht genommen, weil ich alleine bin. Wenn ich alleine bin und fahre irgendeine Route raus oder leg eine Route raus, leg eine Boje, suche irgendein Plateau, dann habe ich zwei andere Routen drin. Das ist natürlich gefährlich, wenn da ein großer Fisch einsteigt. Der hat ruckzuck hunderte Meter Schnur genommen. Und das ist mir für mich, für meine Ausrüstung und auch für den Fisch, ehrlich gesagt, zu riskant. Deswegen habe ich mir gar kein Boot genommen. Ich fische also alleine vom Ufer. Man braucht nicht unbedingt ein Boot. Man hat die eigene Kante vor der Nase. Man muss auch keine Angst haben, in 7, 8, 9 Meter Entfernung zu angeln. Quasi so ein bisschen plump angeln. Da ist die Kante. Das ist eine langgezogene Kante. Die Kante geht von 1 Meter bis 12 Meter runter. Ich bin hier an Platz 8. Ich weiß nicht, wie die anderen Stellen sind. Findet man aber sehr schnell heraus. Wenn mal weniger Wind sein sollte oder mal die Sonne rauskommt, kann ich einmal mal mit der Drohne drüber fliegen. Da sieht man auch die Sandbänke. Sehr schön. Da habe ich im Internet nicht so viel zugefunden. Aber man kann die eigene Kante durchaus befischen. Was ich schon sagen kann, das Personal ist total freundlich, total hilfsbereit. Ich habe mein Zelt im Sturm aufgebaut, haben mir zwei Leute geholfen, sind dabei kletschnass geworden, einfach nur Plörren reingeschmissen und habe ich da ein, zwei Stunden gesessen, bis alles und ich auch halbwegs wieder trocken war. Ich habe noch den ganzen Tag heute. Heute ist Sonntag. Ich bleibe bis morgen, bis morgen 11 Uhr, bis Montag. Und vielleicht geht noch was. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das was einsteigt. Wobei, ist halt nicht ganz so einfach, wenn man alleine ist. Ich muss dann nachts Stirnlampe, Brille, schlucken und rennen. Und ich habe dann weder Handy noch Fotolichter. Ich kann auch dann nicht sagen, Fischi, warte mal, ich hole mal eben noch das und das. Ist natürlich alleine ein bisschen blöd. Ich kann bei dem Wind kein Stativ aufbauen. Ich kann mir keinen Fotobereich machen. Alles, was man sich so zu Hause vorgenommen hat, wie die drei Tage ablaufen sollen, ist letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Ein bisschen musste auch für das Wetter belohnt werden. Drei Tage hier voll im Wind. Ich bin wieder aus. Ey, du hast halt hier drauf, ey. Ach, der ist schon ab. Den hat er schon abgeschlagen, ja. Ja, Vorsicht. Ja, moin. Heute Morgen hat es endlich geklingelt um fünf. Da kam mein Traumfisch. Habe ich tatsächlich geschafft, ganz einfach auf Matthias, auf den kleinsten Ködern, den ich dran hatte. Ich hatte einen Tauwurmbündel, ich hatte eine Forelle und ich habe einmal ein kleines Stück Matthias, um vielleicht irgendeinen kleinen Stör zu fangen. Und auf den Matthias ist dann tatsächlich der Große eingestiegen. War ein schöner Drill, war ein schöner Fisch. Leider ist alleine ein bisschen blöd, Videos zu machen. 1,82 Meter. Boah, schöner Fisch. Jetzt trügt gerade so ein bisschen, tut gerade so, als die Sonne rauskommt. Für eine halbe Stunde sind hier schon wieder Gewitter angesagt. Er zieht ein riesen Wolkenband rüber. Ich gucke jetzt, dass ich ganz schnell die Sachen eingepackt bekomme und melde mich dann später nochmal. So, da bin ich wieder zu Hause nach drei Tagen Fishing Adventure in Holland. Wettermäßig hatte ich tatsächlich 66 von 72 Stunden Sturm, Hagel und Regen. Da habe ich sowas von ins Klo gegriffen. Da kann aber die Anlage nichts zu. Alles, was man sich so vorgenommen hatte mit Stativ und Livebiss und Filmen, ist alles buchstäblich wirklich ins Wasser gefallen. Hat dann, wenn man alleine ist, hat überhaupt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgenommen habe. Ja, ist schon ein bisschen traurig, dass der beste Artikel, den ich mitnehmen konnte, die Zeltheizung war. So hatte ich wenigstens warm ins Zelt. Draußen war es eiskalt durch den Wind. Also für Mai totale Katastrophe. Was nochmal hervorzuheben ist, ist der Kunstrasen. Man hat permanent trockene Füße, keine Matsche im Zelt. Das ist schon wirklich toll, wie die Angelplätze da hergerichtet wurden. Ich hatte am letzten Abend mal eine kurze Trockenphase. Da hatte ich noch die Gelegenheit, mit der Drohne mal drüber zu fliegen. Das zeige ich euch hier im Zeitraffat. Da kann man sehr schön die Kanten sehen. An den Kanten kann man auch sehr gut die Störe vom Ufer aus beangeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die Störe vom Ufer aus beangeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die Störe vom Ufer aus beangeln. Am letzten Tag habe ich noch einmal geduscht und habe da die sanitären Anlagen aufgesucht. Also die sind auch sehr sauber und klasse. Alles da. Man kann da jederzeit waschen, duschen, zur Toilette gehen. Alles sehr hervorragend. So im Außenbereich sind die Toiletten und hier hat man so einen schönen Waschcontainer mit Dusche. Also zusammenfassend muss man sagen, da sind sehr, sehr tolle Fische drin. Fische, die man an heimischen Gewässern nicht mal eben fängt. Man hat Kunstrasen am Angelplatz, man hat Strom am Angelplatz, die sanitären Anlagen sind sauber, das Personal ist super nett und hilfsbereit. Keine zwei Minuten nach Ankunft kam schon jemand mit dem Golfwagen und Anhänger und hat mir den Wagen übergeben, sodass ich zum Platz fahren konnte. Was ich noch klarstellen muss, der Service ist umsonst. Ich hatte mir da einen Wagen gemietet, um zum Angelplatz und zurückzufahren und habe dann erfahren, dass das komplett umsonst ist. Man wird am Parkplatz abgeholt, man wird zum Angelplatz gefahren. Das ist alles inklusive. Das ist wirklich super. Man hat mir sogar das Geld dafür erstattet, weil ich relativ nah war und schon gefragt wurde, warum hast du denn für Platz 8 überhaupt einen Wagen gemietet? Die 100 Meter kann es ja laufen. Also da braucht man keinen Wagen, das ist inklusive. Ja, zusammenfassend hat sich das Wochenende trotzdem gelohnt. Ich habe insgesamt drei Störe gefangen. Einen davon mein Zielfisch, den Beluga auf Matjes. Traumfisch mit 1,82 Meter. Aber ich möchte auf jeden Fall noch mal hin bei ein bisschen schönerem Wetter. Das ist schon ein sehr angenehmer Kurzurlaub dort mit Rundum-Service. Das war auf jeden Fall nicht mein letzter Besuch da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein paar Informationen zu Fishing Adventure bekommen. Vielleicht drehe ich irgendwann noch mal ein weiteres. Tout nele Bilge Schbeis Schbeis Schbeis